Schaschlik Messers, ich begrüße euch zu einer neuen Reihe, der First Look Reihe von Spielen, die zur Zeit auf GeForce Now rausgekommen sind, aber die zur Zeit auch kostenlos bei Epic im Epic Game Store angeboten werden. Also schaut rein in den Epic Game Store, wenn ihr dort einen Account habt, dann claimt das Spiel, dieses hier, Ghostrunner, von, da müsst ihr dran stehen, irgendwann mehr lesen, da gibt es eine große Beschreibung hier, das ist aus dem Epic Game Store, das Jahr steht jetzt hier nicht dabei, aber ich bin hier auf GeForce Now, da ist meine Bibliothek, steht gleich ganz vorne, und jetzt drücke ich hier im Epic Game Store auf Spielen und deswegen sage ich, bis gleich! Das ist mir jetzt auch, das ist mir jetzt auch neu, dass ich hier eine Anmeldung benötige, aber ich mache die einfach mit Steam und wenn ich die mit Steam mache, dann könnt ihr ja hier meine Credentials nicht erfahren und so weiter und so fort. Ich bin schon drin, angemeldet bin ich, jetzt wird es gleich weitergehen, Scooterama, Sign In. Das finde ich übrigens sehr praktisch, Almost Done, Continue, Success, okay, und jetzt geht es im Hintergrund weiter. Ah, jetzt muss ich noch einen Sicherheitscode eingeben, den habe ich bei, ist immer die zweistufige Verschlüsselung natürlich aktiv, bei mir immer, immer wenn es darum geht. Ihr könnt die Nummer auch erfahren, das ist die 209, gilt noch ganze 20 Sekunden lang und dann gibt es schon eine neue Nummer. Ja, sie sind korrekt, alles okay. So. Überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt wird hier als einziges Spiel, das ist immer so, Ghostrunner angezeigt und es wird ausgeführt. Und das finde ich hier hervorragend, dass bei GeForce Now sind die Stores oder die Storefronten angebunden. Ein bisschen lästig bei GOG in letzter Zeit, aber jetzt schauen wir rein ins Spiel. Ich bin gespannt. Oh, shit. Ouch. Oh, was war das? Oh, ich hätte die, ich dachte, die Intro geht noch ein bisschen weiter. Geht nicht weiter? Das war's. Okay, press any key. Ähm, Kill Run. In Kill Run Mode, you have limited time to complete the level. Okay, dann mache ich jetzt mal irgendwann später. Wave Mode, Wave Mode is now available. Aber erst mal schaue ich, ob das Ganze hier Language. Oh, da sind aber viele Sprachen drin. Dann ist Deutsch wahrscheinlich auch dabei. So, Untertitel. Anna. Hocken. Was? Hocken halten. Ja, du. Halt dich mal, das ist doch kein Problem. UI Anzeigen. Ja, klar. Sofort Neustart. Nee, das, äh, gut. Gut, ich glaube, ich lasse das alles mal beim Anfang. Ja, ja, Änderungen beibehalten. So, rahmenloses Fenster. Auflösung 29, also Full HD. Alles klar, finde ich hervorragend. Ist schon richtig gut eingestellt. Weil ich habe ja hier auch auf GeForce Now genau das Ding. DLSS könnte man einschalten, weil das ist ja ein NVIDIA, äh, Grafikkarten-Mode, äh, DLSS-Modus. Performance. Ja, ich lasse das mal auf Performance. Okay, Nachbearbeitungskualität, Textur, hoch, 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 episch. Material, Schwierigkeit, Helligkeit, alles gut. Fausen könnte man einschalten. Raytracing mache ich natürlich an. Äh, NVIDIA Reflex Low Latency. Das ist eine Technik, die benutzt NVIDIA, um die Eingaben schneller zu erkennen. Ich lasse es jetzt mal aus, aber ich muss mal schauen, ob ich es brauche oder nicht brauche. So, also ich habe jetzt auf jeden Fall Raytracing eingeschalten und DLSS. Gut. Okay. Wie ist es denn von der Lautstärke her? Äh, ja. Also ich bin ein bisschen lauter. Ich übertöne den Ton. Alles gut. Ich glaube, so müsste es passen. Okay. Jetzt bin ich soweit. Äh, G-Fan. Gesamtlautstärke. Alles okay. Okay. Gut. Ghostrunner. Also, dann los geht's. Was ist denn das da eigentlich? Project... Project Hell DLC. Mhm. Einstellungen haben wir schon gehabt. Beenden. Ghostrunner. Neues Spiel. Killer-Durchlauf. Wellenmodus. Ich hoffe, jetzt kommt ein Tutorial. Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, da geht es ein bisschen um Parkour, habe ich mir sagen lassen. Okay. Hoffentlich kommt überhaupt was. Es kommt noch nie mal ein Ladezeichen. Upsi. Tja. Liebes Ghostrunner-Team. Okay, noch nie mal ein Ladezeichen. Das finde ich jetzt interessant. Okay. Ähm. Also, ich sehe genau das Gleiche, wie hier zu sehen ist. Schwarzer Bildschirm. Ein schwarzer Bildschirm. Ah, ich sehe wirklich nichts weiter. Das Spiel läuft quasi. Oh, es geht. Es kommt was. Tode. Das war jetzt aber krasse Pause. Ich sehe mich. Du bist. Alive. Kannst du mich hören? Sie sind schon für dich schauen. Okay, bis hierhin gar nicht schlecht. Also, die Bewegung ist super schnell, voll responsive. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist der Wahnsinn, wie responsive das ist. Und wirklich fix und schnell. Jetzt nochmal, ich mach links, rechts, links, rechts. Das ist ja Wahnsinn. Das ist null Verzögerung. Da ist null Verzögerung zu fühlen. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Da geht wahrscheinlich was. Das ist ja hier immer... Okay, drücke RB, um zu springen. Okay. Ich wollte es nun mal ausprobieren. Wahrscheinlich muss ich hier springen. Aber ich will da gar nicht springen. Okay. Also, diese Kabeldinger, die sind anscheinend so... RB springen. Was ist ein LB? Keine Ahnung. Also, alles japanisch hier. Okay. Vibrationen. Okay. LB-RW. Spring an eine Oberfläche, um an der Wand entlang zu laufen. The Uprising is finished. Keymaster has won. A Trespasser spotted at Metro Station. Okay. This is bad. You have to fight your way out of here. Okay. Ich bin doch irgendwie gespannt, ob da jetzt mal... Kritische Fehler. Neustart. Okay. Will nicht. Okay. Okay, ich will das jetzt nur mal wissen. Okay, ich will es nur wissen. Was ist das, wenn ich hier... Ah ja. Jetzt bin ich hier. Was kann ich hier machen? Okay, ich kann wieder hochlaufen. Ne, wo geht es hoch? Da geht es hoch. Ist schon klar. Oh, hier geht es nochmal in die Treppe, oder was? Nein. Ah, krass. Okay, selbst die Wand nimmt der. Oh, krass. Okay. Okay, immer diese Kabel, die sind da, wo ich hin muss. Okay, die sind so eine Orientierung. Drücke RT, um anzugreifen. Die Luftschlacht führt, der Luftschacht führt. Okay, das geht mir sehr schnell zu lesen. Ist natürlich schwierig. Okay, das ist nicht geplant, dass ich hier... Ah, da muss ich auch nochmal entlanglaufen. Okay. Eigentlich cool. Ich weiß nicht, ob das beim Zuschauen schon... Ob es einem überschwindlich wird. Ah, ich muss auf der anderen Seite entlanglaufen. Ja, habe ich nicht gesehen. Okay. Da entlang. Da entlang. Da entlang. Das ist ja geil. Meine Software. Halte B beim Laufen gedrückt, um zu rutschen. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Ah, okay. Okay. Oh! Was hat er da gemacht mit dem Schwerp? Das ist ja geil. Äh. Achso. Ich... Das ist ducken. B ist ducken. Okay. Äh. Ja. Achso, ja. Drücke L, B. Vermögen, um zu springen. Nice. Du kannst die Acceleration benutzen, wenn du im Luftwärm. Dupfen. Abend. Schweres Spiel. Boah, was? Echt? Ja, bis jetzt geht's eigentlich. Achso, ich muss ja so springen. Boah, das ist schon geil. Ja! Ah. Ja. Das ist, äh, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, ich muss das umstellen auf A-Taste. Warte mal. Warte mal. Okay. 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 Bin ich jetzt hier hochgelaufen, aus Versehen? Ja, ja, bin ich. Okay. Okay. Jetzt habe ich es wieder rüber geschafft. Ich wollte es nur. Ah! Verflixt. Ich bin immer bei A drücken. Ah! Nein. Oh, das ist schon, schon, schon schwer. Pass auf. Aber ich will nochmal zurück. So, da war ich. So, das mache ich jetzt schon richtig. Okay. Da lang. Da lang. Da lang. Okay. Was? Halte LB in der Luft? Us? Halte lB. Ah, scheit. Okay. Oh, gut. Achso. Äh! So, warum kann ich? Was ist jetzt los? Okay, das sollte wohl nicht so sein. Okay, ich hänge hier fest. Ah, ich hänge fest! Ich arbeite! Haha, ich hänge an der Wand. Ich klebe hier an der Wand fest. Hallo, ich klebe! Ah, ich kann hier. Da bin ich festgeklebt. Ah, shit. Äh, ich verstehe nicht ganz, warum ich nicht A-Taste drücken kann zum Hüpfen. Verstehe ich nicht ganz. Äh, Steuerung. Tastaturbelegung. Tastaturbelegung. Angriff, rechte Maus, Leertaste, Interaktion, Fähigkeit, Verbesserung, Fähigkeit, Neustarten, Verspotten. Neustarten, Vorwärts, Rückwärts, Zeitlich, Rechts, SW, DA. Ist klar. Sprinten, Umschalttaste. Springen, Leertaste. Ja, und warum ist Maus, Steuerungs-Controller-Plattform, Xbox One, Zuweisung, Controller, Reaktionskurve, Vibration. Warum kann ich die Controller-Taste nicht umlegen? Ich will nämlich mit A hüpfen. Hier, Bumper-Jumper. Jetzt verstehe ich. Hier, Jumper-Taktisch. A, Interaktion. Springen. Bumper-Jumper. Hocken, Interaktion, Fähigkeit aktivieren. Verspotten, klar. Bumper. B-Hocken ist klar. Klassisch. Springen. Sprinten ist hier. Klassisch-Taktisch. Sprinten. Springen. Hocken. Kann ich das noch verstellen? Klassisch-Alternativ-Vanguard. Sprinten. Angriff. Fähigkeit Springen. Angriff ist RB. Oh Gott, das ist ja... Bumper-Jumper. Individuell. Ah, jetzt. Right-Trigger. RB springen. Right-Trigger. Hocken. Springen. A-Taste. Interaktion. So, dann machen wir es doch einfach mal so. RB, B, A, L, T. Okay. 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 Fortsetzen. Nee. Jetzt hat er doch keinen... Ah! Okay. Einstellungen. Controller-Plattform. Steuerungsübersicht. Individuell springen. Individuell springen. Interaktion. Angriff. Das ist sehr gut. B, Hocken. Das ist doch gut. Okay. Sprinten. Interaktion. Angriff. Das ist doch super. Okay. Einstellungen übernehmen. Ja. Okay. 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 Jetzt geht es besser. Okay. Das ist der. Okay. Sliding. Okay. Viel besser mit A. Okay. Okay. Was kann ich hier? Oh! Oh, shit! Okay. Oh, shit! Okay. Oh, shit! Das ist ja cool. Okay. Oh, shit! Oh, shit! Boah, krass! Jetzt aber! Okay, den haben wir. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Der zweite ist echt hart. Boah! Boah! Okay, so geht's nicht. Boah! Das ist ja krass! Dann nehme ich doch den zuerst. Oh, shit! Oh, shit! Das ist ja krass! Das sind drei! Was? Was spiele ich? Oh, shit! Moment! Hab's gleich! Oh, shit! Bin voll reingespawned. Oh, shit! Falscher Fehler! Ich spiele wohl Epic. Hab ich auch ganz am Anfang. Weil... Weil da ist es natürlich kostenlos. Bei Epic zurzeit. Da ist das Spiel kostenlos. Und deswegen wollte ich das unbedingt mal spielen. So. Oh, shit! Also, das muss ich noch ein bisschen... Oh, shit! Das sind drei! Und das ist schon zu schwer! Shit! Ich muss da entlanglaufen! Oh, shit! Voll rein! Spawned. Shit. Immer schön schauen. Ah, scheiße! Boah, ist das krass! Ah, das ist der zweite! Der muss mich... Dufte! Ah, okay! Weiß nicht, ob die Freund-Statistik über alles durchgeht. Hab's über Steam gespielt. Ah, okay! Was für eine Statistik! Oh, scheiße! Der dritte ist echt der Wahnsinn! Ich krieg den nicht! Boah, krass! Der dritte ist echt scheiße! Scheiße! Ich krieg den echt nicht! Hat der mich getroffen? Scheiße! Also, ich mach den erst zuerst. Scheiße! Scheiße! Den ersten krieg ich nicht so. Mist! Dufte! Es wird gezählt, wie häufig man gestorben ist. Oh, da bin ich schon. Man bekommt pro Level dann immer eine Übersicht. Shit! Okay, das krieg ich sicher auch. Nein! Das geht ja hier nicht! Das ist ja echt der Wahnsinn! Und das ist normaler Modus. Ey, krass! Oh, shit! Ey, was ist denn das? Also, den hab ich jetzt wenigstens. Scheiße! 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 Ja, es ist wirklich einfach. Das stimmt. Boah, krass. Aber ich muss das so machen. Scheiße! Scheiße! Der Dritte, der kriegt mich echt immer. Scheiße! Jetzt hat er ihn fast gehabt. Dann mach ich den als erstes. Scheiße! Ich krieg da keinen Weg hin. Scheiße! Boah, ist das krass. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Boah! Boah! Nein! So, jetzt haben wir es dann gleich, oder? Scheiße! Ich war direkt vor ihm! Ich war direkt vor ihm. Nein! Jetzt war der das Problem! Scheiße! 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 Äh... Was war das für die Scheiße? Jetzt hätte ich die zwei gehabt. Ich bin jetzt, glaube ich, 100 Mal gestorben. Ist das geil! Okay, da muss ich hin. Ist das geil. Jetzt bitte nicht runterfallen, ey. Okay. Okay, bitte nicht runterfallen jetzt. Okay. Use the services to your advantage. Okay. Slide to gain speed. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ah, shit! Okay. Ah, shit! Der trifft mich ja. Das ist echt fies Aber die Musik ist geil und die Grafik, die ist Wahnsinn. Die ist so responsive. Das ist der Wahnsinn. Okay Irgendwas ist mit Chip und ich soll das irgendwelche Türen Okay Shit Na shit. Das ist der Rechte. Den muss ich zuerst wegmachen. Ah shit, den muss ich zuerst wegmachen. Wie gesagt, der ist eigentlich nicht das Problem. Da ist einer Ah shit, warum habe ich den verfehlt? Ah shit Oh shit, wo bin ich? Bin etwas orientierungslos hier. Na shit, was ist denn jetzt passiert? Oh shit Oh shit Zuerst den weg Ahhhh Nooo, falsch. Falsche Fehler. Was denn hier passiert? Scheiße. Solche Fehler passieren halt auch. Scheiße. Darum geht es nicht. Das geht nicht so rum. Oh come on Oh come on Oh come on Oh come on Boah Boah Das ist aber scheiße. Ach du Scheiße. Ich kann doch da wieder zurück. Nein Ah, jetzt habe ich wenigstens mal zwei gehabt. Oh, shit. Oh, fall reingespawned. Oh, come on. Das ist echt heftig hier. Ey! Was mache ich denn hier? Shit, der kommt von hinten. Okay, den muss ich dann gleich weitermachen. Oh, shit. Ich muss es echt mal probieren. Also, pass auf. Okay, Maus, Keyboard, bisschen besser. Und was ist jetzt drücken? Oh, das ist Steuerung. Okay, das ist schlecht. Oh, shit. Also, ich probiere es mal hier. Nee, warte mal. Ja, das ist schlecht für mich. Ich komme nämlich so schlecht auf meine Steuerungstaste hier. Okay, jetzt habe ich die zwei wenigstens mal. Okay, den da hinten noch. Und da noch einer. Da ist doch noch einer. Der da. Ah, den kriege ich darüber nicht, oder? Ah, shit. Ich kriege das mit der Steuerungstaste nicht hin. Ich muss da eine andere Taste finden. Äh, das, das. Vielleicht die Alt-Taste oder so. Hey. Hey. Scheiße, genau das ist das Problem. Ich kriege die... Scheiße, ich bin auf die... Ich habe meine Windows-Taste da unten. Das ist echt kacke. Uh. Oh, shit. Oh, nee. Oh, come on. Boah, ist das schwer. Ich muss es doch nochmal mit der probieren, weil das mit dem Sliden geht nicht. Shit. Nochmal. Oh, das ist echt fies. Stehen bleiben ist nicht gut. Ständig in Bewegung bleiben ist besser. Oh. Ja, ja. Stehen bleiben ist nicht gut, aber ich kriege das nicht hin. Also. Ich bin jetzt hier. Ich muss eine andere Taste finden für... Für Sliden. Sliden ist... Ah, Mist. Ich muss eine andere Taste finden für Sliden. Sliden. Steuerung ist kalte Alternative. Das ist echt nicht gut. Ah, ich weiß nicht, welche Taste ich da nehmen soll. Kritischer Fehler. E. E-Sliden. Nochmal. Dufte. Kannst ja duften wie gegebenenfalls auch. C. Mappen. Nee. Scheiße. Ich komm ohne Sliden nicht hin. Shit. Oh, da muss ich echt springen. Okay. Oh, Mann. No meter. Das ist echt fies hier. Okay. Das ist jetzt das Problem. Komm, nehm ich den oder nehm ich den? Nehm ich den oberen Weg. Ich kann jetzt wieder zurück. Scheiße. Das ist der falsche Weg da. Ah, scheiße. Ich krieg das nicht hin. Shit. Der von rechts schießt auch noch. Krass. Scheiße. Was ist denn das jetzt? Den zuerst. Krass. Okay. Oh, der ist aufmerksam, natürlich. Nein. Ich krieg die Taste nicht hin. Scheiße. Scheiße. Nein. Ah, Mann. No. Von da hinten schießt der einfach. Der hat mich noch erwischt von da hinten. Scheiße. Sie ist aufmerksam. Es ist aufmerksam. Shit. Duftest. Benutzt du STRG nicht mit dem kleinen Finger? Doch, aber die Windows-Taste ist gleich daneben und meine Steuerungstaste ist so klein. Unten dran, da ist die Fn-Taste. Das ist also bei dem Laptop hier komplett daneben. Kann ich nicht machen. Außerdem müsst ihr mit dem kleinen Finger ja dann gleichzeitig die Shift-Taste und die Steuerungstaste benutzen. Und das funktioniert nicht gut. So, jetzt das Problem. Scheiße, warum... Oh Mann, runtergefallen. Immer das Gleiche. Scheiße, warum fällt der runter? Ach shit. Das ist so scheiße schwer. Und schon wieder weg. Das ist echt so scheiße schwer. Nein, jetzt fall ich da runter. Ich fasse es nicht. Ich bin nicht runtergefallen. Ich bin irgendwie nicht runtergefallen. Ich hab keine Ahnung warum. Nein! Boah! Boah! Ah! Ah, den... Den... Der gehe ich nicht. Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Jetzt fehlt noch der. Boah! Krasser Scheiß! Boah! Ist das krass! Aber ich komm nicht auf die Steuerungstaste, deswegen. Ich komm wirklich nicht hin mit mit... Ich würde sagen, echt, äh, Maus-Keyboard ist besser. Wie oft bin ich gestorben? 120 Mal. Gate closed. Was jetzt? Ah ja. Was kann ich? Hallo? Drück erst. Boah, ist das ne geile Grafik. Wie oft? 127! Ha 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 ha! 127! Wahnsinn! Hui! Fortfahren. 120 Mal war meine Schätzung. Okay, war gar nicht so schlecht. Boah! Das ist echt schnell. Was? Nee, total. Das ist echt super. Hey, wie responsive. Und wie gesagt, das Raytracing hier dabei. Hier, Spiegelungen. Wahnsinn! Mit Raytracing und allem drum und dran und trotzdem so eine geile responsive Grafik. Was kann das? Äh, ich hab keine Ahnung, was ich da... Was? Drücke LT. Okay. Äh, achso. Ja. Äh, was? LT? Äh, ich bin jetzt gerade irgendwo lang gelaufen. Okay. Was nochmal? Aha! Left Trigger! Ach, Left Trigger! Hey! Ah! Ah! Nein, nicht nach links! Was ist denn los? Warum geht der nach links einfach? Ah, shit. Ist noch zu verwirrend. Ja. Ja. Oh, das ist zu verwirrend mit den Tasten. Echt, hey. Oh, come on! Dürfte. 2020 hab ich das Spiel damals gespielt. Zwölf Stunden gebraucht. Zwölf Stunden für alles? Zum Durchspielen? Okay, ich bin ja... Nein! Warum nimmt ihr nicht Y? Zwölf Stunden... Ach, come on! Ah! Ah! Scheiße! Ich weiß nicht, wo es lang geht! Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ach, come on! Ach, come on! Hey! Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Okay. Krasser Scheiß. Okay, was, jetzt? Okay. Ah! Das schießt einfach und ich hab keine Ahnung, wo das ist. Scheiße, wo komm ich dahin? Scheiße, wie komm ich dahin? Scheiße. Okay, ich bin jetzt einmal nach links, einmal nach rechts gegangen. Shit. Ah, shit. Ist das krass. Oh, shit. Ist das krass. Oh, ist das krass. Shit. Oh, krass. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß gar nicht, warum ich da hochgelaufen bin. 200 Tode incoming. Hey, ich bin auch nach links. cent. Yeah, 200 Tode favourites. Ähm, ja, 200 Tode. Gehen zuerst. Oh, come on! Oh, shit! Ich komme da nicht mehr zurück. Boah. Oh, ich kriege das nicht hin. Ich kriege das nicht hin. Hey, shit! Ich kriege das nicht hin. Nee, ich muss doch zurück irgendwie. Scheiße. Scheiße. Falsche Taste. Shit. Ah, da muss ich hin. Scheiße! Ich kriege das aber nicht hin. Langsam wird es lästig. Ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich gehen soll. Ich weiß nicht. Da hat es doch kein Haken mehr. Ich muss doch zurück. Da hat es kein Haken, glaube ich. Shit! 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 Ich kriege die Haken nicht hin. Ich kriege die Haken nicht hin. Das ist für mich zu verwirrend jetzt mittlerweile. Hier. Ich kriege das mit den Haken nicht hin. Ich kriege das mit den Haken nicht hin. Ich kriege das mit den Haken nicht hin. Scheiße, vier sind's. Nein! Ich krieg das mit den Haken nicht hin. Scheiße, das ist die gleiche Taste. Das ist echt beschissen. Hey, mach doch den Haken! Meine! Der will den Haken nicht nehmen! Scheiße! Scheiße! Shit! Hey, come on! Come on! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Falsche Taste schon wieder! Das gibt's doch nicht! Nein! Mach doch! Da ist kein Haken mehr! Da ist kein Haken mehr! Fuck! Da ist kein Haken! Ich krieg den Haken nicht! Ich krieg den Haken nicht! Wo ist er? Wo ist er? Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen! Scheiße! Da ist kein Haken mehr! Was ist denn da los? Ich seh den Haken einfach nicht! Scheiße! 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 Da ist... Ich seh den Haken nicht! Das ist ja echt krass! Oh, Mann! Da ist ein Haken! Aber da oben irgendwo! Das ist ja so krass! Das scheiße! Und jetzt? Ja, wie komme ich da hin? Achso! Hallo! Dufte! Du schaust immer zu sehr auf den Boden! Ja, ich weiß es nicht! Ah! Ah! Falsch! Wie fällt's denn noch da? Da ist einer! Ah! Shit! Shit! Ja, ich komme da nicht hin! Also, ich muss hier irgendwie... Ja! Und jetzt komme ich wieder auf die Steuerungstaste! Nee! Oh, Mann! Da kommt... Ich... Ich krieg's nicht hin! Oh, Mann! Ey! Der will dich! Ja! Hahaha! Nein! Falsche Taste wieder! Das ist echt so scheiße mit dem Controller! Ich muss das anders einrichten! Was fällt der runter?! Ah, shit! Hallo! Oh! Oh, come on. Der will da nicht sliden. Ah! Haut drauf und will nicht. Oh, come on. Das muss ja nicht sein. Okay, da kann man rüber, oder? Da kann man rüber. Hallo? Hallo, was soll denn das? Der war doch schon drüben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wo sind denn da Haken? Ich seh keine Haken. Wie immer. Boah, scheiße. Das sind doch keine Haken. Ich seh keinen Haken. Ich seh nur Wände. Da ist ein Haken. Da ist ein Haken. Oh, Mann. hallo was ist denn das hallo das wurde mal schlechter ah nein warum ist er damit geflogen ach Menno ne krieg das nicht hin scheiße ne ne was soll denn das oh man ich sehe keine Haken irgendwo anders wo sind die Haken ach da ja ja oh warum ist sie zurückfallen shit hallo ist das das da ist jetzt ein blauer Kreis und da ist wieder keiner da ja also ich komme da nicht mehr hin ich komme da nicht mehr hin hä den hatte ich doch vorhin immer nein was ist jetzt los oh nein huh ich krieg den nicht mehr warum warum komme ich da nicht mehr hin nein ich krieg das nicht mehr der war doch vorhin kein Problem sag mal dufte schau ich gerade eine videoschleife ja irgendwie na das gibst du nicht scheiße scheiße ich habe das blaue ding gesehen nein da ist doch ein Haken 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 na scheiße naja naja jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt habe ich... oh come on jetzt kann ich nicht mehr Oh shit! Mh mh Deh... oh Gott Ach, come on, jetzt muss ich da runterfallen. Echt jetzt? Soll ich den Schultz-Controller auf Tisch legen. Hände durchschütteln, gegebenenfalls knacksen, einen Schluck nehmen und weiter. Oh. Shit. Also die drei habe ich jetzt. Okay. Oh, wo ist der nächste? Da hinten ist einer. Ah! Nein! Oh, das war der letzte. Ach, come on. Ey, das gibt es doch nicht. Oh! Ey. Das ist so Wahnsinn. Ah! Also ich habe noch nie ein Spiel gehabt. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, bei dem ich so oft gestorben bin. Scheiße! Scheiße! Noch nie! Scheiße! Scheiße! Geht's doch nicht. Von hinten! Von hinten! Nein! Duftet! Das Spiel ist darauf ausgelegt, häufig zu sterben. Es bestraft einen Fürst Zögern. Na shit! Ach come on, ich hatte den fast... Das mach ich jetzt noch fertig. Aber dann bin ich raus. ... ... ... ... ... ... ... Scheiße! Ich hab die Orientierung verloren. ... 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 Mann! Ich will da drüber hüpfen und dann will ich zur Seite. Jetzt hier. So. Wollte ich das die ganze Zeit. Nein! Jetzt springt er da drüber. Völlig nutzlos. Scheiße! Ich will einfach, dass der da drüber hüpft. Scheiße! Warum klappt das nicht? Hier. Ich will nicht da lang! Ich will nicht da lang! Ich will drüber! Mann! Hier drüber! Jetzt! Mannometer! Scheiße von hinten! Das war wieder ein Fehler. Was soll denn der Scheiß? Huh! Huh! Scheiße! Ich hab doch gedrückt! Huhu! Huhu! Oh! Oh! Ach come on, ich will doch nur zurück. Schreie, schreie, schreie! Ach du Fackgummi. Ach du Scheiße! Ich glaube das ist ein Indikator dafür, dass die Taste kaputt ist. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face that is. Now let's take a look inside. This may feel a little strange. Und da hast du echt 12 Stunden damit verbracht. Hey krasser Scheiß. 12 Stunden. Welcome to Cybervoid. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I just wanted to try it. I must keep moving here. Or? Ich glaube, da muss ich lang. Arbitrators, and anything else we needed you to be, you tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. Twenty years ago, she stood against me. It was you I was trying to say. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say, Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. Oh, was sind das für Sprünge hier? Was soll denn das? What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people. Kept them safe. Maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower. Ruining what I've built. Bringing us back to the verge of extinction. I didn't see an fossil footprint. Oh, come on! Who repaired me? That would be the Climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Let's go. I figured it out. Boah, ist das schwer zu erkennen hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich da weiter muss. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier weiter muss. Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich nicht hier weiter. Was? Wieder ganz am Anfang? Danke. Oh, come on. Ich dachte, da kann man hüpfen. Ah! Da kann man auch nicht rennen hier. Doch, geht doch. Wie hat sie geschafft, zu gewinnen? Ich wurde in der Rückseite. Wir beide waren, du und ich. Wer war sie? War sie? Ein liebster Freund. Ein vertrauter Partner. Brillant Scientist. Wer sie jetzt ist die Frage, die du solltest du fragen. Und du würdest nicht die Antworten lieb. Niemand, der von der Darmatower, würde. Oh, nicht dein Ernst. Ach so. Okay, weiter rennen. Weiter rennen. Jawohl. Äh. Hallo? Das schleudert mich doch hoch. Oh, come on. Oh, das Schwanken, das macht einen aber gerade Kirre her. Doch, jetzt schwankt er nicht mehr, komischerweise. Warum ist der da so geschwankt gerade? Oh. Oh. Hey, come on. Was ist denn? Ich hab doch... Jetzt nochmal. Warum schwankt der hier so? Hier. Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das? Rutschige Boden oder was? Dieses Schwanken da. Also, Controller-Fertigkeiten sind hier schon gefragt. Ein Blick ins Innere. Tode. 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 Ah, nur 210. Also, die zehn, die zählen, die zehn letzten zählen dazu. Also, bin ich doch wieder 200 Tode gestorben. Ohne Witz. Das ist ungefähr meine Schätzung gewesen. 200. Zeit 46 Minuten. Okay, fortfahren. Nicht Level neu starten. Nee, das wäre eine Katastrophe. Ich kann das echt nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, ich komme auch nicht mehr viel weiter. Vielleicht sind wir schon bei 400. Sagte Dufte. Nein, erst 200 gewesen. Ja. Aber ich komme auch nicht wirklich weiter. Der hat jetzt wieder eine unheimlich lange Ladezeit. Ohne Ladebildschirm, ohne Ladescreen, ohne irgendein Zeichen, dass es überhaupt noch funktioniert. Aber es funktioniert. Und das finde ich ja gar nicht schlecht. Also, für ein Umsonstspiel ist es richtig gut. Verbesserung in Erhalten, irgendwas, Modul, Ladeplatz, Ghostrunner Subsystem, Kalibrierungspanel. Das ist Ghostrunner Subsystem oder kurz GRSKIP. Hier kannst Du Deine Fähigkeiten und Parameter so einrichten, wie Du es brauchst. Kalibrierungspanel, das GRSKIP. Dennis, ich habe das für zehn Minuten geschafft. Ja. Für zehn Minuten oder in zehn Minuten. Ich habe das in zehn Minuten geschafft. Das wäre aber cool. Also, wenn Du das in zehn Minuten geschafft hast. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht für das eine Level. Das ist das zweite gewesen. Also, ja. Wenn Du das in zehn Minuten geschafft hast, ist okay. Aber Du hast vielleicht für zehn Minuten das ganze Spiel gespielt und dann hingeschmissen, oder? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich gut vorstellen, dass das vielen passiert. Sprint, Abwehr. Was habe ich denn da? Verbesserungen. Arsenal, Karte, Ortungsgerät. Was ist das? Vom Schwert getroffener Projektile werden zurück zum Schießenden geschleudert. Hä? Sprint. Sprint erhält eine weitere Aufladung. Dennis, in. In zehn Minuten. Ja, das ist gut. Äh. Das ist gut. Okay, hier. Sprint erhält eine weitere Aufladung. Ja. Okay. Und dann kann ich noch... Das ist ja wie Tetris hier. Das ist ja wie Tetris. Ich könnte jetzt das noch einbauen, oder? Äh, kann ich das drehen? Drehen. Platzieren. Das ist ja wie Tetris. Geil. Geil. Geil, 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 geil. So, Verbesserungen. Das ist natürlich hier... Krass. Abwehr brauche ich eh nicht. Karte ist klar. Äh, hier. Das ist noch nicht drin. Arsenal. Schwert. Okay, mir reicht das eigentlich hier, eine Waffe. Okay. Also, wenn du für das Ganze... Für den Level zehn Minuten gebraucht hast, wie lange hast du dann gebraucht für das ganze Spiel? Die Ghostrunner-Stimme ist mir irgendwie sympathisch, weil das die gleiche Stimme wie bei Chorus vom Schiff. Chorus hat die gleiche Stimme, so eine tiefe, sonore, äh, Computer-Sound-Stimme. Ist schon geil gemacht. Na? Was? Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich denn hin? Ich muss hier doch irgendwas drücken, oder was? Erreiche den Zentralrechner. Okay, wo ist der? Geh mal weg, da. Der Zentralrechner. Ah, ja, da. Hey! Shit, da. Hey, ich drück doch zweimal Y. Das gibt's doch nicht. Äh! Dennis, schau mal nach oben. Woo! Krasser Scheiß. Oh, da muss man hüpfen. Das war gar nicht schlecht. Okay. 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 Hey, nicht da nach hinten hüpfen. Was? Oh, wo bin ich gelandet? Geiler Scheiß. Ich geh hier mal lang. Wo bin ich da? Das ist ja geil. War hier jemand schon mal? Wo geht's da lang? Uh. Geiler Scheiß. Ich geh mal da unten rein. Ich geh mal da rein. Warte mal. Äh! Scheiße. Geht nicht. Okay. Äh! Shit! Nochmal. Ich geh mal da. Äh! Wo geht's da lang? Ja. Ja. Geh doch mal. Da oben war ein Ding. Okay, komm. Hallo? Ja. Was ist da los? Ach, da muss man zweimal spawnen. Also... Oh, come on! Ja. Was ist denn jetzt los? Bin schon wieder irgendwo unten gelandet. Ja, geht nicht. So, jetzt da... Achso, da hin! Da hin, da hin, da hin. Äh, da hin! Hab ich doch gewusst. Shit. Ach, schon wieder da? Ach, come on. Scheiße. Ey, come on! Was ist denn los? Hüpf doch einfach. Oh, ist der hinten dran schon wieder weg, da? Oh, shit. Ah! Nein, shit! Das geht's doch nicht schon wieder da unten. Ah, shit. Ja. Ja. Was ist denn da los? Warum geht der nicht hoch? Dennis, ich habe das erstes Level und das zweite mehr als die Hälfte geschafft. Ja, aber ich bin schon im dritten. Das ist das dritte. Okay. 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 Nein! Geh doch hoch! Nein! Oben rum! Sage mal... Das gibt's doch nicht! Ach, come on. Ich hasse das, wenn der immer... Der... Der... Der macht manchmal so Schwenks nach rechts. Die mach ich gar nicht. Hier. Hey! Hey! Das gibt's doch gar nicht! Der schwenkt man mal nach links und nach rechts. Das ist unglaublich. Äh, wo bin ich? Nektar. 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 Oh, come on! Genau auf die Kante springen kann er auch. Nee! Na, super. Das wird immer besser. Ey, komm mal! Halt dich doch einfach an dem Scheiß fest! Was ist denn das? Hey, das gibt's doch nicht! Das wird immer schlimmer! Was ist denn da los mit der Steuerung? Vorhin hab ich gar nicht... Sprinten benutzt. Äh. Ja, was soll denn das? Oh, come on! Man darf da nicht... Das ist doch eigentlich ganz einfach. Jetzt pass auf. Äh, Sprinten ist... Shift. Okay, hier muss ich nicht sliden. Okay. Okay. Das ist jetzt okay. Naja, hier muss ich ja nicht hüpfen. Nein! Ey, come on! Was ist denn? Ganz normal... Hüpfen. Hüpfen. Ey! Was ist hier? Shit. Man kann da nicht umdrehen, oder was? So, jetzt da. Und jetzt? Okay. Okay, und jetzt? Ah! How can you assist me? In combat? I'm afraid I can't. Cyber void Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head. One that you should listen to. If you want to stay alive. Oh, shit. Ah, ja. Wenn ich am Leben bleiben will. Hey, shit! Was ist da los? Hey! Shit! Wie komme ich da weiter? Ist da wieder irgendein Ding? Hallo? Warum geht der jetzt oben drauf, Alter? Scheiße! Scheiße! Wie geht das? Hüpf! 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 Geht nicht! Ja. Ich komme da nicht weiter. Also. Da, da, da! Oder? Ich muss da lang, da lang, da lang. Okay. Da, da, da. Immer, immer, immer. Slashen. Wie nennt man das? Hier gibt es keine versteckten irgendwie Items oder so. So. Wie komme ich jetzt da weiter? Kommen wir an denen auch entlang, oder wie? Nee, kann man nicht. Das ist Zoe Avila of the Climbers' Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. You said they were dead. They are. Except for her, it seems. No one will answer this broadcast. Trust me. I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. Boah! Was ist los? Warum kann der denn nicht weiter? Ja. Ah, nicht doch weiterhüpfen! Ach, come on. Ach, come on. Da muss man echt die richtige Richtung hüpfen. Das ist ja krass. Und jetzt nicht weiterhüpfen. Was kommt jetzt? Okay. Und jetzt? Scheiße! Wohin denn? Nein! Nicht wieder da vorne! Ey, ich mach das jetzt noch einmal, aber dann hab ich keinen Bock mehr. Also da vorne fang ich jetzt wieder an. Ey, echt jetzt? Nee! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da ist mir der Respawn-Punkt zu weit hinten. Also das ist jetzt echt Panne. Ey, come on! Also das ist jetzt echt Panne. Jetzt hab ich das grad geschafft. Ach, come on. Jetzt hab ich das grad geschafft. Nein, jetzt komm. Also da lang, da lang, da lang. Und dann? Oh, come on! Ah, jetzt ist der Spawn-Punkt wieder da hinten. Echt, ey. Das ist zu weit hinten. Das ist echt Panne. Das ist echt Panne hier. Ah! Da muss man den Rechten nehmen! Was ist denn da los, ey? Mann-O-Meter. Jetzt hab ich keine Geduld mehr. Jetzt hab ich echt keine Geduld mehr. Also auf jeden Fall, äh, trotzdem Zwischenfazit. Ich find das Spiel nicht schlecht. Ich hasse es nur. Weil's echt so krass schwer ist. Also wenn ich jetzt hier hingehe, hier hingehe, hier hingehe und dann? Was ist dann? Was kann ich denn da drüben machen? Also ich geh jetzt noch einmal. Hier lang, hier lang, hier lang. Ey, come on! Was ist denn das? Warum denn? Was ist denn da los? Muss man da jedes Mal beim Sprung danach... Jedes Mal beim Sprung, äh, Schnellreise machen, oder was? Jedes Mal! Was ist denn da? Nein! Was ist denn da? Du musst... Du darfst nie links, rechts, links, rechts laufen. Ach, come on. Ich weiß auch gar nicht, wo's da weitergeht. Dieses langes Slider da, das ist echt... Hey, warum? Ich versteh's nicht. Manchmal ist er echt... Er läuft dann manchmal und manchmal nicht. Hier! Was soll denn das? Manchmal läuft er und manchmal nicht. Also vor allem die Grafik beeindruckt mich. Total. Die ist so knackig und so gut. Die beeindruckt mich echt. So. 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 Hey, come on! Was ist denn da? Da muss man echt springen? Also, ich dachte, das mach ich noch kurz. Bis zu den Gegnern. Gegner mach ich nicht mehr. Hey, guck mal hier. Ich dachte, Gegner mach ich nicht mehr. Das ist echt krass. Hier kann man hochhüpfen. Hier kann man hochhüpfen. Okay. Okay. Also, wenn ich jetzt da hinhüpfe, da hinhüpfe, da hinhüpfe, da hinhüpfe, dann ist das okay. Hier hüpfe. Hier hüpfe. Hier hüpfe. Hey! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hüpfe doch immer hoch! Der geht einfach nicht nach oben manchmal. Das ist echt krass! Manchmal geht er nicht nach oben. Das ist Wahnsinn. Hier auch. Das kannst du hier schon mal üben. Da nicht! Hier! Mann, der kriegt gerade noch den unteren Ding zu greifen. Irgendwie so die Kante da unten. Ah, das ist echt pannig. So. Hüpfen. Rennen, hüpfen. Rennen, hüpfen. Hey, was ist denn das? Das dritte habe ich doch immer gekriegt. Und dann muss man aufs andere wieder zurückhüpfen, oder was? Mann-O-Meter. Ist das lästig hier. Der Spawn-Pony ist viel zu weit hinten. Das ist so lästig. So. Hoch. In. Hoch. 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 Hey! 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 Ich habe die Taste gedrückt für diesen scheiß Haken, ey! Ich wusste jetzt nicht, dass da ein Haken ist, aber ich habe es gesehen. Ach, come on! Ja, jetzt war ich ungeduldig. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. So. The Keymaster Guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can they use it? Also ich hab mich immer noch nicht entschieden, ob das jetzt besser mit Maus-Keyboard ist, aber wahrscheinlich die schweren Passagen sind mit Maus-Keyboard schon besser zu machen. Aber ich komm ja nicht... Wo kann ich jetzt hin? Achso. Hey! Was soll denn der Scheiß? Das ist Zoe Avila von The Climbers. Bitte, kann jemand... Bitte, kann jemand hören, mich? Das ist... Ghostrunner. The Ghostrunner? Jack, du bist awake! Ja. Wie? Wir haben dich überraschend gemacht. Wir versuchen alles, was wir können, aber du nie warst. It wasn't up to me. Oh, come on! Oh, come on! Äh, und jetzt? Achso, da oben. Das ist noch das Leichteste hier. Das ist ungefähr so wie bei... Okay, das ist ungefähr so wie bei... Die Story wird ungefähr so erzählt wie bei Chorus. Ähm... Die Grafik ist auch so geil wie bei Chorus. Ohne Witz. Ich erkenne so viele Parallelen. Das Spiel ist natürlich ein komplett anderes. Aber von der Grafik, Voice... Ist das von der gleichen Firma? Ich muss echt schauen. Ist richtig gut. Okay. Was kriegt denn der da oben? Der kriegt... Der ist von einer... Aha. Ah, okay. Da oben muss ich erstmal hin, oder was? Was ist denn das? Wie kann ich denn das da... Da oben muss ich hin. Okay, wie komme ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Okay, ich gehe jetzt mal da lang. Okay, den habe ich. Scheiße. Scheiße. Shit. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Shit. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Nee, da komme... So komme ich nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Shit. Scheiße, ich komme da nicht hin. Shit. Okay. Okay. Nein. Hä? Ich komme da nicht hin. Wo gehe ich... Wo geht es denn da lang? Okay. Da. Und dann. Was mache ich denn da? Achso, ich muss hier was drücken. Aha. Und runtergefallen. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich da hin? Ah, da oben. Aber wie komme ich denn da hoch? Ach, come on. Der schießt mich gleich ab. Also. Bis hier hin. Vier Gegner sind noch da. Bis hier hin komme ich. Für heute soll es gut sein. Weil jetzt werde ich nur noch sterben. Das ist auf jeden Fall drittes Level. Nach dem Parkour wird es eigentlich, wenn man dann diesen komischen... Wenn man diesen komischen Ding mitrechnet. Aber... Ich finde es echt cool, das Spiel. Es ist auch von der... Von der Grafik her vor allem wahnsinnig geil. Also, es ist hier Raytracing. Full HD. 60 FPS. Und knackgescharf. Das ist echt Wahnsinn. Ich kann hier an der Maus wackeln. Das ist responsive. Wahnsinn. Und vor allem zur Zeit kostenlos im Epic Game Store. Schaut da mal rein. Wenn euch das interessiert. Ich habe jetzt ein paar Mal zu viel geflucht wahrscheinlich. Deswegen sage ich danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Dufte danke für die Hilfe. War mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.